Der VfL Osnabrück und der Hamburger SV trennen sich 2 zu 1. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe absolut kein Mitleid mehr mit dem HSV. Die wollen nicht aufsteigen, die sind so gut bezahlt. Dem müsste man eigentlich 70% des Gehaltes streichen, weil die einfach sich so einen Mist zusammenspielen. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, der Sieg für den VfL Osnabrück ist ja nicht mal unverdient. Das war heute ein Superspiel von denen. Erster Sieg nach dem Aufstieg. Wird denen guttun und Hamburg hat heute einfach Mist gebaut. Sind zwar in Führung gegangen durch Glatzl, aber die Abwehrleistung zum Teil einfach nur chaotisch. Da kommst du selbst in der 3. Liga nicht mit durch. Es war ein Engelhardt, der nur ein paar Minuten später ausgeglichen hat. Und von da an hat eigentlich der VfL das Spiel übernommen. Hamburg auch mit seinen Gelegenheiten, aber der VfL in meinen Augen einfach irgendwo auch besser. Und es war Diakite, wie man es auch immer ausspricht, der das 2 zu 1 erzielt hat in der 39. Minute. Und das war das goldene Tor. So, die Hamburger machen einfach nur Mist. Also, sorry, da kann man auch nichts mehr schönreden, aber wir tun eigentlich mehr die Hamburg-Fans leid, die jedes Jahr so viel Geld in die Dauerkarten stecken oder mal ins Stadion wollen und dem Verein so viel Geld in den Hintern pumpen. Muss ich ganz ehrlich sagen, das tut mir einfach nur leid, die Hamburger so leidend zu sehen, so einen Traditionsverein nicht mehr in der 1. Liga sehen zu dürfen und jedes Jahr dieselbe Scheiße von vorne mitzumachen. Aber naja, schreibt mir eure Meinung dazu. Gerne die Kommentare. Daumen nach oben da lassen. Abonnieren nicht vergessen. Wir hören uns beim nächsten Video. Und ciao.